Kaum ein Zeitmesser geht so mit der Zeit wie die Digitaluhr von InFactory. Denn das elegante Modell wird mit der reinen Kraft des Wassers betrieben. Das spart nicht nur den Gelbbeutel, sondern freut auch die Umwelt. Möglich wird das kleine Stromwunder durch diese Wasserbehälter. Darin befinden sich zwei Platten aus zwei verschiedenen Metallen, die unterschiedlich viele freie Elektronen besitzen. Dadurch wirken die Metallplatten wie Pole. Sobald Sie Wasser in die Behälter füllen, fungiert es als Elektrolyt, das Ladungen zwischen den Platten transportiert. Die daraus gewonnene Energie genügt, um das Display der Uhr mit Strom zu versorgen. Außerdem verfügt die Uhr über eine Energiereserve von rund 90 Sekunden, sodass Ihre Einstellungen auch beim Nachfüllen erhalten bleiben. Das innovative Energiekonzept dieser Digitaluhr macht Sie unabhängig von herkömmlichen Stromquellen. Setzen Sie darum auf die Kraft des Wassers und schmeißen Sie Ihre alten Batterien einfach weg.